Let's Talk Eckart, bei Mirko am Mikro. Der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckart Würzner, zu Gast bei Mirko Spohn am Mikrofon. Und da Sie sich kennen, einfach ein Gespräch zwischen Eckart und Mirko. Über Familie, Freunde, Hobbys, Heimat, Heidelberg. Die Lieben des Lebens. Einfach direkt und persönlich. Eben, Eckart, bei Mirko am Mikro. Heute, es lebe der Sport. Selber machen oder doch lieber schauen? Hallo, Eckart. Grüß dich, Mirko. Sport ist für dich ein Thema. Deswegen haben wir es uns heute mal auf die Fahne geschrieben. Ich bin aber neugierig. Wann kamst du das erste Mal mit Sport, so mit Verein machen, in Berührung? Also ich glaube, wir hatten damals einfach auch noch unglaublich viel Zeit nach der Schule. Ich habe seit Mittags ein bisschen nach Hause gekommen. Dann hast du kurz was gegessen und dann hieß du sofort raus zum Fußballspielen mit Freunden auf dem Acker. Natürlich hast du dir das Tor selber gebaut, hast du dir das Fußballfeld selber gebaut. Und da hast du dich nachmittags getroffen mit Freunden und hast einfach das Leben genossen. Deswegen hast du auch schon immer viel gemacht in dieser Richtung. Noch gar nicht professionell, auch nicht so im Verein. Und das habe ich eigentlich immer gerne gemacht, war immer begeistert. Ich war auch immer gerne draußen, wir hatten wirklich viel Freizeit. Was habt ihr so für Sportarten gemacht? Du hast ja gesagt, ich bin nur ein bisschen jünger als du. Ich erinnere mich daran. Deswegen, wir haben, das fand ich mega, wir haben so ein Baseballfeld auf dem Feld, da war noch nichts drum rum, haben wir auf dem Baseballfeld hingebaut, weil so Amerikaner, die Freunde oder die Großen, die Älteren, fanden irgendwie amerikanischen Sport mit Football und Baseball so gut. Dann haben die halt Reifen eingebuddelt, um die einzelnen Bases dann da irgendwie zu kreieren. Und entweder hast du ein groß breites Stück Holz bekommen und die Großen haben dann den Baseballschläger genommen. Was habt ihr für Sport gemacht? Oder für Beschäftigung? Also ehrlich gesagt, wir haben fast immer nur Fußball gespielt. Einfach eine große Fläche, die haben wir irgendwie immer ein bisschen kurz gehalten, da haben wir immer gekickt. In Gerd Müller nachgemacht. Ja, natürlich. Also Fußball war damals für uns noch wesentlich dominanter als Sport. Wir hatten natürlich auch tolle Idole. Was war deins? Gerd Müller? Ja, Müller war zum Beispiel so jemand. Also das war so die Müller-Beckenbau, also die Oldies, wie man so heutzutage sagt. Du hast natürlich immer Ärger mit den Nachbarn gehabt, weil jedes Mal, wenn der Ball ins Tor ging, flog er weiter. Im Garten. Beim Nachbarn im Garten. Und dann musstest du versuchen, den Ball wieder rauszukriegen. Und bloß nicht, dass irgendjemand das sieht gerade, wenn er aus dem Busch zieht. Und jedes Mal gab es natürlich Ärger. Aber es war eine schöne Zeit, war eine tolle Zeit. Wir haben auch viel gemacht. Wir haben auch in einer Region gewohnt, wo es viele Neubauten gab. Das war ein riesen Abenteuerspielplatz. Alles, was Sand, was nicht fertig war, war ein riesen Abenteuerspielplatz. So wurde dann die Schilderstand-Baustelle betreten, verboten. Ja, genau. Also das Schild stand da, aber der Rest war ein riesen Abenteuerspielplatz. War nicht ganz ungefährlich, gebe ich ganz offen zu. Ist noch was passiert? Ach nö, du bist vielleicht mal so aus dem Stockwerk rausgeflogen. Ein paar Schürfungen links, rechts. Ja, das war immer dabei. Später habe ich es dann eigentlich gerne auch in der Schule. Leichtathletik habe ich immer sehr gerne gemacht. Laufen und Sperrwurf und solche Disziplinen. Und bin dann aber relativ schnell auch zum Handball gekommen. Wie kam das dazu? Ja, das lag eigentlich eher so an Freunden, die dann zum Handball gingen, die dich da mitgenommen haben. Und es war ein toller Sport, ein Mannschaftssport. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Du hast dich auch mal danach noch getroffen und hast da ein bisschen abgehangen und hast vor allem auch dieses Mannschaftserlebnis. Du hast gemeinsam gewonnen, du hast gemeinsam verloren. Es war auch nicht so wichtig, wer jetzt der beste Spieler war, sondern du hast das gemeinsam dir erarbeitet. Das fand ich immer toll. Es waren auch lehrreiche Jahre, weil du musst natürlich auch mit allen Situationen klarkommen. Mal ganz oben, mal ganz unten. Und das fand ich immer super. Das war eigentlich egal, wer dazu kam. Auch sprachlich war das überhaupt kein Problem. Du hattest mir jeden sofort integriert. Und das fand ich toll. Also es war damals doch gar nicht so sehr leistungsorientiert, sondern eher der Spaß, dieses Miteinander stand viel mehr im Vordergrund im Vergleich vielleicht zu heute. Genau, genau. Also von daher, ich habe viel Sport gemacht, war von daher auch nicht schlecht. Ich habe das auch während des Studiums genossen, dass ich immer wieder viel Sport gemacht habe. Das war für mich ein super Ausgleich. Bist du zu so Einrichtungen wie Hochschulsport gegangen oder warst du dann schon eher vereinsorientiert? Ja, klar, genau. Du warst im Hochschulsport, hast dich da wie alle nicht nur zum Sportlerfaschen getroffen im Neuenhammerfeld, sondern hast auch viele. Legendär, legendär. Legendär, genau. Also hast du damit natürlich auch viele Leute kennengelernt. Es waren einfach gute Stimmungen, hast viel gemacht. Wir waren auch eine tolle Mannschaft. Dann schon über den Vereinssport auch gute Trainer gehabt. Und ja, das habe ich eigentlich lange gemacht, bis ich so 35, 36 war. Dann bist du dann über die Dörfer gezogen. Dann wurden die Spiele immer ruppiger. Die Verletzungsgefahr stieg natürlich enorm an, weil du technisch nicht mehr ganz so gut drauf warst. Wolltest du dann aber natürlich trotzdem noch... Und die Jüngeren auch irgendwie ja nicht schlecht waren. Ja, genau, die sind dann sehr schnell nachgekommen. Also von daher... Also mir hat das immer viel Spaß gemacht. So habe ich auch meine Kinder eigentlich, glaube ich, ein bisschen mitgenommen. Janine auch. Und wir haben dann auch unseren Kindern die Freiheit gegeben. Wir wollten auch immer ein bisschen, wenn wir Urlaub gemacht haben, dann hattest du Kletterzeug dabei. Dann hast du Seilrutsche gebaut über den Bach drüber. Also es war jetzt nicht der Hotelurlaub, sondern eher der aktiv irgendwie raus dann. Genau. Rucksack, Seil dabei, Kinder abseilen. Wenn die Kinder mal den Papa in der Wand halten, wenn der Papa dann oben von der Wand weg springt, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Ja. Wenn so 10-, 12-Jährige dann so eine erwachsene Person halten können, alleine durch die Umlenkkarabiner. Also erheben, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie durchaus mal kurz abheben. Genau, aber sie können nicht halten, wenn du es ihnen gut beibringst. Und das hat auch viel mit Verantwortung zu tun. Es ist auch dann nicht nur das Spiel, sondern du musst es auch konzentriert machen. Da sind die Kinder sehr aufmerksam, wenn du sie mitnimmst, wenn du zuhörst. Das habe ich immer gerne gemacht. Kindergeburtstag draußen im Freien, mit dem Zelt übernachten im Wald, kleiner Waldspaziergang, nachts im Dunkeln. Alle gruseln sich. Ja, das gehört einfach dazu. Das habe ich immer mit Leidenschaft gemacht. Hattest du irgendwann mal den Gedanken, Handball leistungsorientierter zu gestalten? Oder welcher Liga hast du gespielt? Nee, das war es. Dafür hatte ich jetzt nicht die Zeit. Da hätte ich noch mehr trainieren müssen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil ich wusste, das wird zu viel. Da muss sich zu viel Energie reinstecken. Und da muss man auch einfach realistisch sein. Wenn du Sport treibst, dann weißt du, was es heißt, Leistungssport zu betreiben. Und wenn du dann in der entsprechenden Liga mit vorne dabei sein willst, oder wenn du dir deine Laufzeiten anguckst auf 100 Meter, dann weißt du, oh, das ist jetzt noch ein Stückchen, wo du eine Menge trainieren müsstest, um noch eine Stufe weiterzukommen. Was war so die höchste Liga, in der du gespielt hast? Im Handball? Regional-Liga. Entschuldigung, das ist ja jetzt aber auch nicht ohne. Ja, aber das war, also das hast du gerne gemacht, aber das war jetzt nicht, auch ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht so leistungsbezogen gemacht. Da hätte ich mehr Energie reinstecken müssen. Aber die Familie und Studium war dann eine andere Verantwortung. Genau. Und das war ein guter Kompromiss. Du hattest immer deinen tollen Freundeskreis auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch durch den Sport. hat das Netzwerk, was ganz breit war, also von Personen, die, ich sage jetzt mal, aus den Akademikerhaushalten kamen, zu ganz normalen Kindern aus anderen Familien. Das fand ich immer super, weil du warst immer in so einer gemischten Gruppe unterwegs und hast dich trotzdem gut verstanden, hast zueinander gestanden, hast auch in der Altstadt zueinander gestanden, man kannte sich, man hat sich gegenseitig unterstützt, du hast sofort auch immer wieder Freunde getroffen, die du im Sport kennengelernt hast. Also ja, der Sport hat schon eine Menge Vernetzungsstrukturen geschaffen, die du normalerweise gar nicht so hast, wenn du nicht so sportlich aktiv bist. Das kannst du auch, wenn du, ich sage jetzt mal, im Kulturbereich ein Musikinstrument spielst, größeren Orchester, aber Sport war für mich dann eher so aktiv. Es ist ja Bewegung und aktiv. Und das ist ja das, was du sagtest, mit der Familie irgendwie direkt auch die Kinder mitgenommen. Durften die Kinder immer ganz viele unterschiedliche Hobbys machen? Denn ich stelle mir das herausfordernd vor, mit vielen Kindern, die müssen ja vielleicht von A nach B transportiert werden. Ja, aber das, also wir waren da nie in irgendeiner Form vorgebend, sondern irgendwer macht das, was ihr Lust, was ihr Lust, was euch Spaß macht. Es gab auch tolle Angebote über die Vereinslandschaft, die wir hatten. Also von da war für jeden was dabei. Die haben dann überall reingeschnuppert. Was weiß ich, ob das jetzt Voltigieren waren, ganz was anderes. Reiten fängst du natürlich mit Voltigieren an. Das habe ich früher auch mal gemacht. Du auch? Eine Stunde. Ich kannte diese Leggings nicht ab. Ich war beinahe. Nicht die Leggings? Ich musste so eine Leggings anziehen, so eine lange Hose ab. Nee, nee, das habe ich abgelehnt. Genau, deswegen habe ich Voltigieren abgelehnt. Ehrlich? Ich habe es einmal ausprobiert. Also ich fand das toll mit Pferden. Ich war damals auch so ein begeisterter, ja, Winnetou-Fan mit diesen Indianer-Pferden, die wahnsinnige Stunts auch aus vollem Galopp dann. Diese Festspiele, die sie dann nachspielen und so. Nee, aber wir kannten das eigentlich aus dem Film. Ja, Karl May und so wahrscheinlich. Genau, und es hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Also ich habe da eigentlich sehr viel ausprobiert. Die Kinder auch. Die einen sind ein bisschen mehr zum Reiten gegangen, die anderen haben ja andere Sportarten gemacht. Niki ist dann zum Basketball gekommen, mein Jüngster, wobei er es sich von seinem Ältesten abgeguckt hat. Also der Alex hat Basketball gespielt und der Kleine war immer dabei, der Niki, und wollte dann unbedingt auch Basketball spielen. Aber du bist auch noch ein bisschen klein, ja. Also jetzt mit vier, fünf Jahren, der Korb ist noch ziemlich weit oben. Das war ihm völlig egal, immer einen Ball geschnappt und wieder auf den Korb. Hat natürlich nie getroffen, weil er viel zu hoch war. Ziemlich frustrierend, aber ja. Und das ist ja jetzt hängen geblieben. Letztendlich, weil du Niki ansprichst, der Sport auch bei den Kindern, wie du sagst, die haben es immer gefördert oder einfach sie machen lassen und sie durften. Und er hat es dann einfach angenommen zu sagen, ich möchte mehr draus machen. Und ist Profibasketballer geworden. Genau, genau. Also ich glaube schon, dass wir immer gesagt haben, macht, was ihr wollt, aber macht es dann auch richtig. Also lebt eure Leidenschaft. Das ist ganz wichtig. Also wenn du keine Leidenschaft hast, kannst du das auch nicht durchziehen. Das muss man ganz offen sagen, weil du hast keine Abendszeit. Du bist nicht dann feiern, wie die anderen feiern sind, sondern gehst dann nochmal trainieren. Und das hat schon sehr viel mit Disziplin zu tun, in einem Alter, wo man eigentlich eher jetzt vielleicht ein bisschen freier leben will. Also von daher, da gehört schon einiges dazu. Deswegen großen Respekt für jeden, der im sportlichen oder auch im Musikinstrument perfekt spielt. Training, Training, Training. Es ist überall das Gleiche. Wie groß war der väterliche Stolz, als der Sohnemann die Meisterschaft in der zweiten Basketball-Bundesliga erreicht hat, in die erste Liga aufgestiegen ist und jetzt dann auch diese erste Liga mit der Mannschaft gehalten hat? Ja, also ehrlich gesagt, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Ja, das ist schon so, dass natürlich Janine und ich, also wenn du dann Sohnemann hast, der auf dem Leistungsniveau spielt, ich habe mir jetzt gerade Alba Berlin gegen Bayern München angeguckt, und Jadon Smith war einer seiner Kollegen Mitspieler. Der Paul Zipser hat viele Jahre mit ihm zusammengespielt. Der eine spielt jetzt bei Bayern, der andere spielt bei Alba. Er spielt auch in der gleichen Liga. Also das ist schon irre. Das ist schon irre, muss ich ganz ehrlich sagen. Heutzutage ist Sport immer noch wichtig für dich. Du hast ja Handball, ging irgendwann nicht mehr. Du hast im Laufen deinen Ausgleich gefunden. Ja, ich habe dann angefangen zu laufen, weil es einfach für mich das Ideale war. Mit so einem Tagesablauf auch schwierig. Genau, du kannst morgens früh raus, egal wo du bist, deine Turnschuhe, zack, läufst du los und du kannst dich schon mal ein bisschen auspowern. Das brauchst du auch für den Kopf. Also ich brauche das wirklich. Also ich bin jetzt nicht so der Meditationsmensch, der sich nur hinsetzen kann. Ich brauche dann ein bisschen Auslauf, wie man so schön sagt. Und das mache ich auch. Ohne Musik, also ohne Musikbegleitung. Was ja heute durch Ausgang und Gebe ist. Genau, völlig alleine und lausche dem Wald, kriege dann so meinen Flow. Wenn ich dann so eine Stunde ein bisschen länger laufe, komme dann auch ins Nachdenken. Aha, was sind jetzt so die next steps für die und die Projekte? Wo gibt es Projekte, die nicht gut laufen? Wo gibt es Stress? Kannst das locker durchdenken, kommst viel entspannter zurück und kannst dann auch wieder gut durchstarten. Du bist nicht schon in so einem Modus, und du bräuchst mal wieder Urlaub, ja. Wie oft läufst du in der Woche, wenn du es maximal möglich machen kannst? Zweimal, dreimal die Woche, immer so ein, anderthalb Stunden. Und das ist ein fester Termin auch für dich? Also da kommt dann auch nichts rein und lässt du nichts rein? Eigentlich nicht. Wobei ich zugeben muss, also die letzten Monate waren ein bisschen stressiger. Da habe ich ein bisschen schleifen lassen. Auch durch Corona ist man so ein bisschen durcheinander gekommen. Sonst war das eigentlich mal klar. So im November, Dezember fängst du an, dich auf den Halbmarathon vorzubereiten. Im Frühjahr, wenn schlechtes Wetter ist, matschig. Der Boden, es regnet draußen, wo du jetzt nicht unbedingt lustig hast rausgegeben. Brauchst du auch so kleine Motivationsziele. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass du auch mit allen Leuten immer zusammenkommst. Sport schafft so eine Gemeinsamkeit, egal wo du herkommst. Und das finde ich immer super. Und den Halbmarathon hast du auch einfach mal wieder gemeistert. Wie war deine Zeit? Darf ich das fragen? Die letzte Zeit war jetzt 2015. Das war jetzt so die schlechteste Zeit. Ich lag mal kurz bei 1,30 Uhr, ein bisschen mehr. 1,30? In den guten Zeiten. Aber ich mache das jetzt schon seit über 15 Jahren, 16, 17 Jahren. Vielleicht einfach nur, weil du ein bisschen älter bist als ich. Ja, das spielt sicherlich aus. Wie lange ist es her, dass du 1,30 gelaufen bist? Ja, das ist jetzt bestimmt 15 Jahre, 17 Jahre. Respekt. Dann würde ich sagen, fröhliches Weiterlaufen. Und Sport ist bei dir auf jeden Fall nicht Mord, wenn man das so sagt. Nee, stimmt. Macht Spaß. Und für allen, die drumherum hier schon ein bisschen Musik gehört haben, manchmal ist in Heidelberg einfach auch Kerwe. In diesem Sinne. Danke. 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 Und参 with indiciert wird. el